Ich brauche noch drei Crest Blank. Liegen hier noch welche? Ist ja eh gleich hier. Moment. Crest Chunk. Was sind denn Crest Chunk? Ja die ganz normale Gräser. Womit du deine Mauern gebaut hast. Das sind aber Crest Blanks und keine Chunks. Ich habe auch nichts von Chunks gesagt. Ja aber ich habe doch nach Chunks gefragt. So warte mal, kann ich jetzt Tür bauen? Kann ich. So, wie machen wir das jetzt? Mal gucken, ob das Spiel intelligent ist. Ey was macht denn der? So. Und jetzt möchte ich noch mal... Ach, warum nicht Dinger mit Dings? Ja warum denn nicht? Trommene Gras. Also ein bisschen primelig muss man schon sagen. Aber es muss man so anders machen. Ähm, das muss noch mal weg. Was ist das, eine Tür? Ja Moment, mach mal bitte nix. Ich muss hier mal kurz... Ich gucke dir sehr faszinierend zu, weil ich sowieso nix bauen kann. Ich habe eher keine... Hä? Was mache ich hier? Das weißt nur du selbst. Ähm... Kann ich das irgendwie... Hm... Eigentlich gefällt mir die Mauer nicht. Oh! Oh! Was zum... Oh! Ich renne! Alter! Ich habe Angst. Es hat mich gesehen. Ich bin... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich geh weg. Rett es nicht, wer kann. Du bist ja ein Held, ey! Das ist... Das ist ein Dynamär! Scheiße! Warum... Warum kommen die zu uns? Hat die nichts besseres zu tun? Kann die nicht zum Tanzen gehen oder so? Also, ich mein, hallo. Alter, Schwini. Bleib weg. Alter, ist sie sauer. Was macht die da? Rote Augen. Ja, seh ich. Ganz böse rote Augen. Ich mein, ich baue jetzt ungeniert bei ihr einfach weiter. Oh, ist sie. Scheiß, oh, boah, bann, bin ich jetzt grad erschrocken. Geh weg. Kannst du die einbauen? Ich bleib jetzt einfach stehen. Bau doch mal so eine Hundehütte für die Spinne. Ja, deswegen hab ich schnell die Mauer fertig gebaut. Die kommt nicht vorbei. Die ist blockiert. Jetzt steht's dir vor, die Mauer muss weg. Die geht. Die geht. Ich hoffe, die geht jetzt nicht. Den Stein da hoch und springt einfach rein. Trockengras, Chunks. Ah ja, okay. Ja, komm. Ich muss hier noch unbedingt was schnell bauen. Oh Gott, das wackelt hier alles so. Die ist doch schon wieder da, ne? Die rennt da noch irgendwo rum, glaub ich. Ich baue einfach ein bisschen was ab derweil und halte mich damit wach. Okay. Da ist sie wieder. Aber die kommt nicht rein. Die kommt nicht rein. Ich hab mich eingemauert. Gott, das macht so komische Geräusche. Wie als wenn Godzilla da durch Japan stopft. Glück reden, dass wir schon eine Mauer gezogen haben, eine Lein quasi. Alter Schwede. Du bist sehr mutig, dass du da draußen alleine gerade rumrennst, ne? Ich bin hier oben. Die springt. Die springt. So viel zum Thema, die kommt auch nicht rein. Mir läuft's gerade eiskalt den Rücken runter. Also ich bin hier oben. Wir stehen Auge in Auge und wir wissen noch nicht so ganz, was wir voneinander halten sollen. Ich würd ganz gerne dort Pfeile. Aber die ist aber gar stich. Spring bloß nicht darüber. Ich bin hier oben. Ich spring drauf und mach die zum Reiz hier dann. Oh. Verpiesel dich. Warte, warte, warte. Ich trau mich, die ins Menü zu gehen. Alter. Was macht die? Hä? Die hat gerade Ergur gesprungen. Ich bin gerade. Nö. Ist das noch hörbar? Kann ich das einfach noch hören? Nein, geht nicht. Können wir vielleicht ein Dach drüber bauen? Wo ist denn die jetzt hin? Weiß ich nicht. So, ich muss kauen. Oh, oh. Da raschelt schon wieder was. Oh, sie ist noch weh. Ja, ja, ja. Da ist sie wieder. Hallo. Hättest du mal mit deinem Parfum vielleicht ein bisschen Spaß immer sein können heute Morgen? Geh weg. Ich will noch nicht. Baby, ihre scheißblöden Beine da einfach durchgucken und die roten Augen. Ich such mir jetzt Gras. Hast du ja... Ganz ruhig. Lass uns Freunde sein. Ich hab'n Speer. Denk dran. Ihr habt mein Schwert und meine Axt. Ey, das wird ne bestiessene Nacht, das weiß ich jetzt schon. Wie kann ich denn den Bogen machen? Den Bogen... Der Bogen bringt dir aber nichts, solange du noch keine Pfeile bauen kannst. Und... Warum kann ich keine Pfeile bauen? Weil man dafür Might-Fass braucht, was auch immer das ist. Das hab' ich. Okay. Und Distel-Nadeln. Distel-Nedle. Das... Might-Fass. Ich komm' da mal wieder runter, ja? Oh shit. Oh ne, 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 ne. Die kommt da schon wieder. Du... Alter. Geh weg. Geh weg. Meinst du, wir können dir einfach die Beine abhacken von da drin? Ich trau' mich nicht davor... Ich trau' mich nicht hinzugehen. Ey, weißt du, du hast dich ja verbiesen... Da hinten stehst. Wie du da einfach da oben stehst und auf dem Motto... Ey, guck doch mal. Geh doch... Komm doch einfach mit rein und wir probieren, ihr die Beine abzuhacken. Was hältst du denn davon? Komm doch rein. Ja, wenn's schiefst, ne? Da ist die Tür. Da ist die Tür. Bitteschön, komm rein. Okay. Geh rein, bevor sie da ist. Ja, ja, ich bin auch schon da. So, warte mal. Jetzt mach ich erst mal. Jetzt baue ich erst mal hier. Aber nur so als Tipp, ne? Nicht so nah am Rand sein. So, ich baue jetzt mal ne Röststelle. Damit ich schon weiß, was mit ihr passiert, wenn wir fertig sind. Okay, sie ist wieder da. Ich bin in der Mitte. Ich mach'n Scheiß. So. Apropos, ich brauche was zu essen. Warte mal, Feuer. Ich hab' Feuer gemacht. Was können wir denn? Geh doch mal weg. Reicht's? Okay. Okay, okay. Ist gut, ist gut, ist gut. Warte mal, ich hab doch noch Steine. Warte mal, ich kann noch Steine werfen. Oh! Musst du die jetzt auch noch wütend machen? Okay, ich brauche ein paar mehr Steine. Danke, du Depp. Oh! Oh! Oh, ach du Scheiße. Die hat mich jetzt mit einem Schlag weggemacht. Ach, wirklich? Weil du sie wütend gemacht hast vielleicht? Du, wir wollten ihr die Beine abschlagen. Das hat nicht funktioniert. Ne, du wolltest ihr die Beine abschlagen. Jetzt ist sie im Lager und ich steh' allein da draußen. Ja, aber jetzt kommt sie ja nix mehr raus aus dem Lager. Ist doch voll gut. Du weißt schon, dass sie auch reingekommen ist, ne? Ja, aber jetzt hab ich sie eingesperrt. Das war doch ne Heldentat. Ey, ich hasse dich. Ich hasse dich wirklich. Ja, aber ich bin jetzt mein ganzes Loot. Na super. Oh, das ist nicht gut. Bitte, helf! Mann, ist die Gastronomie. Was machen wir denn jetzt? Na, ich lauf jetzt auch schon mal wieder her mit Naggisch. Mach das lieber nicht. Also. Die ist echt sauer. Ich weiß, ich seh's ja noch. Ich lieg da ja noch. Okay. Du bist tot. Du spawst. Kannst jetzt wieder wieder hell werden? Was ist denn da? Der Dandelion tuft. Was auch immer das ist. Äh. Okay. Ach komm. Ich bin irgendwo anders gesprungen, glaube ich. Trink mal den Schall. Oh oh, ich bin vergiftet. Mir geht's nicht gut. Ich hab da aus anderem Richtung andere was gehört. Wir waren ja nur sicher im Lager. Bis irgendeiner gedacht hat, komm ich schmeiß ihn die Wand ein. Fuck. Weg. 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 Da ist sie ja schon wieder. Ach, wirklich? Und ich hab auch keine Waffen. Was ist denn da oben noch? Achso. Äh. Warte mal, jetzt kann ich ja ins Lager und kann mir meine Sachen wiederholen. Oh, das ist ja schön, dass du die Ruhe weg hast. Okay, du denkst sie ja gerade richtig gut ab, habe ich gehört. Ähm. Tiegen. Brauch was zu essen. So, und hopp. Dann bin ich wieder im Lager. Take all. So, warte mal, dann mach ich mal die Mauer wieder dicht hier, glaube ich, erstmal. Ähm. Einmal Wand. Äh, Konstrukt. Kannst du da jetzt mal. Wo ist die blöde Spinne? Nicht im Lager. Ja, ich weiß, die ist irgendwo bei mir. Ja, komm mal ins Lager, dann sind wir auch noch sicher. Da ist sie. Oh, ich bin tot. Ich bewege mich keinen Zentimeter. Warum hat die es denn auf mich abgesehen? Du hast sie doch abgeworfen. Du hast doch die Aggro-Ding gemacht. Hallo. Das ist voll fies. So. Was kann ich denn mit diesem Healsteam da jetzt bauen? Habe ich da irgendwas erforschen? Habe ich da irgendwas Neues? Da. Drei Quast-Junk. Ja, ich habe das Problem, ich komme nix mehr raus, ne? Ich bin jetzt vom Anfang Spawnpunkt und, ähm, die hält Wache. Ja, was soll ich jetzt tun? Soll ich hier nochmal einen Stein in die Frise werfen? Mach einfach das Licht an, vielleicht verschwindet sie dann. Ja, das hat ja richtig gut funktioniert. Ich habe das ganze Feuer angemacht im Lager. Nein, das meine ich nicht. Mach die Sonne wieder an. Alter, ich dachte schon, die anderen Spinnen sind eklig. Jetzt kommt so ein Viech da an. Warum gleich in der ersten Nacht? Was ist das hier? Kriegt er Welten oder was? Das wird reichen, dass das... Wenn ich gleich nur so öööö macht, dann weißt du gescheit. Hilfe, 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 ich renne, ich renne. Muss ich doch mal zu dir gucken. Ach, da bist du ja. Geh weg, 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 weg. Ich will ins Heim. Geh weg. Was will ich hängfest? Ich kann einfach drüber springen. Scheiße, das ist voll sicher. Das Zeug auf dem Boden, das irritiert meinen Laufweg. Was ist denn das eigentlich noch eine Kugel? So, können wir, ähm, so, kann ich nicht einfach nur so, 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 so. Oh Gott, ich bin fix und fertig. Was ist das hier eigentlich? So, was kann man, kann ich da irgendwas kochen? Nö. Und was mache ich damit? Hm. Haben wir noch zwei? Haben wir. Was ist denn das? Ein Glittergerüst? Ja, ich weiß es noch nicht, warte mal. Und was bringt eigentlich die Werkbank überhaupt? Weil ich kann ja auch so craften, oder... Achso, hier kann ich andere Sachen craften. Hör mal, meinst du, wir können hier irgendwann noch so automatisch schießende Türme bauen? So Tau-Defense-mäßig? Ist mir scheißegal, die Bau-Defense-Riese. Oh Gott, das wär geil. Ich bin ne Tesla-Spule hier im Lager. Ich hab grad beschlossen, ich fand Trumps Idee gar nicht mehr so blöd. So hoch du die Mauer baust, kommt auch kein Mexikaner darüber, das ist richtig. Ne, es tut mir ja leid, aber... Es wird nicht schön. Ich Idiot. Aber es wird mich schützen. Was hab ich denn jetzt gemacht? Also die Übersicht ist da manchmal noch ein bisschen doof. Oder weißt du, was ist auch geil, dass so ein MG-Geschütze einfach so reinbauen können? Wie so ein Bunga. Genau. Ich glaub, du verwechselst grad das Spiel. War das nicht Call of Grounded oder so? Ähm... Ähm... Oh Gott, oh Gott. Sag mal, wie lang geht denn die Nacht? Ich mein, müssen wir da jetzt echt ausharren, bis da wieder Licht kommt? Das ist mir irgendwie grad grad ein bisschen zu... Ja, ich geh jetzt mal ein bisschen hier umschauen. Ich hab keine Ahnung, was ich da bastel, ne? Was passiert denn da hinten? Achso, das ist das eine Ding, wo dann... Achso. Das wär die größte Mauer, die es hier gegeben hat. Aber die Spinne, die kommt immer hier rein. Oh, mein Käfer. Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht wirklich gut bin in sowas? Ach, du magst das schon. Ach du Scheiße, was mach ich denn? Kann ich das irgendwie schnell wegmachen? Was ist denn das? Lead Stufe 2, okay. Oh, es wird wieder hell, siehst du das? Ja, das ist schön. Aha. Gut, dann geh ich schon mal zur Laserstation und hau mal das eine Ding da weg. Was witzig ist, meine Achse wieder voller Hitpoints. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft hab, ob das irgendwie durch das... Hä? Shit! Ist sie wieder da? Da ist sie wieder. Geh weg. Na gut, dass ich... Geh weg! Da, jag mal den anderen, genau! Der hat dich beworfen. Ich bin nur unschuldiger Mauerbauer. Nein, 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 nein. Oh, es wird hell. Hey, ich hab den einen... ...den Laser da repariert. So. Oh, komm Spinne, jetzt verpiesel dich doch endlich mal. Es wird hell. Hast du es nicht gehört? Mit den roten Augen siehst du scheinbar kein Licht. Hell. Was kommt denn jetzt angeschissen? Ich höre hier nur Geräusche, die mir nicht gefallen. Oh, die Steuerung müssen wir ein bissel, bissel, ähm, ja. Wo geht's denn meine Haare aus? Wo sind wir denn da? Da bin ich. Und da bist du. Da ist sie wieder! Wenn ich damit fertig bin. Freunde, liebe, du hast null Chance hier reinzukommen. Gott, hau bloß ab! Es ist hell! Verpiss dich endlich! Was ist denn das? Ein Schneckenhaus? Geil, ich hab ein Schneckenhaus gefunden. Geil, ich hab ne große Spinne hier gefunden. Wie? Wie ich auch noch automatisch immer weiter weg von meinem Mikro geh. Wer hat Angst vor Schmerzen, Mann? Kann die Spinne sich jetzt einfach mal verpieseln? Schau mal, ich hab hier einen Klopper gefunden. Super! Warte, ich diskutier's mit. Ich feier mit der Spinne gerade im Lager, okay? Wir finden das total toll. Ja, ich dachte, du hast dich so ausgebaut, dass die nix mehr rankommt. Du hast doch hier so mega... Ich hab erst mal das Muster gesetzt. Ich muss ja das ganze Zeug noch ausbauen. Nur weil's blau ist, heißt es nicht, dass es schon gilt. Weißt du, wenn du dich amüsierst und mit anderen Freundschaft schließt, hab ich hier gerade unsere Haustüran. Ja, wir sind die dazu ameißen, die mich da so komisch angucken gerade. Ey, die hat keinen Bock zu gehen, ne? Die geht nicht. Die geht einfach nicht. Kannst du dich mal fürs... Was ist jetzt los? Achso, jetzt ist... Ey, die geht nicht weg! Das ist hier... Das ist hier sowas von scheißegal. Okay. Ich hab... ich hab außerdem alles, ähm... Soweit schon mal feinjustiert. Jetzt müssen wir uns nur noch ausbauen. Kannst du mal kurz... Kannst du mal die Spinne irgendwie anwerfen? Irgendwas. Die hängt hier fest und will nicht weg. Da hinten kommt schon eine andere. Soll ich eine andere mitbringen noch? Klar, warum nicht? Oh, unsere Mauer ist beschädigt. Wir können... Oh, 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 oh. So, die geht kaputt. Die sind da jetzt geköpft. Ah, Moment mal. Die sind diese Puste-Dinger da, glaub ich. Ey, Chef. Kannst du die irgendwie mal weglocken? Ich sammle hier grad, man! Ja! Die ist da so komplett auf mich fixiert. Ich komm ja mal ins Lager. Ich bring noch ein bisschen mit. Ich mein, das... Let's Play wird sehr langweilig, wenn ich nur komplette Folgen Auge in Auge der Spinnen gegenüberstehe. Ach, du weißt doch. Bei Dragon Ball haben die Kampfszenen auch immer 50 Folgen gebraucht. Nur, dass ich kein KMH machen kann. Ich mach höchstens was Braunes in die Hose, wenn sie nicht gleich abhaut. Kann man dir mal erklären, dass jetzt grad hell ist? Kaka-kaka-ha! Ey, ist das hell und die verpisst sich nicht? Was soll denn das? Vielleicht ist sie ja... Oh! Ach doch, jetzt warte mal, sie dreht sich. Jajaja, vielleicht... Du bist in der Nähe, oder? Ja. Komm Spinne, hol sie dir! Weil ich auch schon Stift im Höschen hab. Hol sie dir, komm! Hol sie dir, sei gut! Äh, wie komm ich da jetzt mal rein, du Profi? Na da ist doch die Tür! Oh! Hallo! Ich bin da jetzt drüber. Ich hoffe, du hast dir nicht gezeigt, wie es geht. Du, ähm, das Thema mit weglocken, das ist nicht so dein Ding, ne? Ich wollte die auch gar nicht weglocken. Das letzte Mal, als ich die gelockt hab, hat die mich nämlich auch ganz schnell... Ey, ich bewege mich kein... Können wir jetzt endlich mal dieses bescheuerte MG bauen, verdammt? Was? Ich bewege mich keinen Zentimeter aus diesen Scheiß Basis raus, das sag ich dir. Äh! Solang die da rum kreucht und fleucht. Ich geh jetzt mal an den Computer. Ey, wieso hat dies... Wieso hat dies auch immer auf mich abgesehen? Was will denn die von mir? Geh doch einfach weg! Geh nach Hause! Oh, vielleicht geht sie jetzt nach Hause. Äh, kommt wieder. Nein, sie kommt wieder. Ey, die... Geh doch einfach weg, bitte! Nein, weg! Nicht kaputt machen! Was ist das denn? Wie du die Ruhe weg hast? Wie ich hier bedroht wär? Oh! Warte mal, kann ich das da irgendwie hinbauen? Was ist das überhaupt? Ey, das macht keinen Spaß. Ohohohohoho! Gist du weg da? Hast du gemerkt, dass wir eine Spinne hier haben? Ich brauch Wasser, merk ich grad. Ich geh mal. Du verarschst mich, oder? Äh, scheiße, wie komm ich denn da jetzt für raus? Da ist die Tür. Da! Wo ich steh. Geradeaus. Ja, aber du weißt schon, was da ist. Ach, wirklich? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Warte mal, ich hüpfe da drüber. Und hopp! Warte mal, ey, komm her. Ich, ich geh da jetzt mal hoch irgendwo. Erstmal brauch ich aber irgendwas zum Saufen hier grad, sonst verke ich hier gleich. Ach, komm mal. Kannst du ihn nicht irgendwie mal anwerfen? Ja, mal gleich. Gleich. Jetzt lass mich doch mal kurz, sag ich mal einen Schluck sauf, sonst äh, weiß schon. Ihhh. Oh, Alarm? Hungrig. Auch noch. Die hüpft. So, wo ist sie denn hier? Die ist immer noch da. Ach, da. Die hat sowas von auf mich abgesehen. Ich weiß, ich bin ein Kücheater, aber trotzdem. So, warte mal. Steinschen. So. Wo bist du denn hier, Spinny? Ist Red engaged? Wo? Ey. Komm mal hier. Die hat, die hat keinen Bock. Die will nur mich. Oh, oh. Jetzt musst du sie noch treffen. So. Okay, ich hab sie getroffen. Aber... Oh, cool, jetzt mach sie mal... Oh, 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 oh. Ah! Ich häng! Scheiße! Und sie macht alles kaputt. Oh, oh, oh. Sie kamen! Von hinten! Scheißdreck, ey. Diese blöde Spinne, wieso müssen die jetzt bei uns in der Basis rumlungern? Blöde Mistvieh. Uah! Fuck! Warum immer ich? Hau doch einfach ab! Ja, dann kill mich doch! Mach doch einfach! Alter! Dieses blöde Drecksvieh! Oh, fuck! Die ist ja auch schon wieder bei mir! Warum? Wa... Jetzt hängen die am Stein fest. Oh, 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 oh! Fuck! Äh, aller Schiss, hab ich jetzt so einen Schiss gekriegt. Fuck! Ja! Ah, spring dich da einfach hoch, ja. Und guck mir so mindestens ins Gesicht. Ganz ehrlich? Ich geh jetzt auf die Jagd nach dem blöden Ding. Ganz ehrlich. Ich hab die Schnauze voll. ja das würde ich auch machen aber erst wenn ich einen mg habe verabschiede dich von dem gedanken sie hüpft immer so hoch die schafft es aber nicht die ist so dumm die hat uns beide schon gekillt das dumme ding klebt doch irgendwo wasser ich will diesen wasser wasser die spinne noch da ja warum geht die nicht weg durch die wand wieso geht die nicht weg weiß ich nicht es ist nicht eine kreatur der nacht jetzt habe ich jetzt bin ich langsam sauer wo ist denn die wo bist du ich bin auf der suche nach wasser die ist im stein gepackt vielleicht kriegen wir das höher kaputt ich sehe nur die vollerpfote was auch immer beine andererseits die hat so viele hitpoints ich weiß nicht wie lange wir da drauf fahren müssen und wenn die einmal irgendwie raus klatscht ja aber was machen wir denn jetzt wir können doch jetzt nicht einfach irgendwie unsere also ich mein ja und jetzt wir geben das lager auf die ist uns permanent auf den fersen ja nur so lange du im lager bist kannst mich mal ganz ehrlich ach komm wir haben das gerade gebaut wir kriegen das auch wieder neu aufgebaut wo bist denn du jetzt weiß ich nicht ich sehe nur gerade dass ich 25 von 30 slots voll habe und weiß nicht warum das spiel macht mir keinen spaß kann ich sagen dass ich permanent die hosen voller mit dem blöden spiel die ist schon klar dass wir uns dann mal aussuchen sollten wo wir unser neues lager aufbauen weil es wird auch wieder dunkel nur so nebenbei also ich bin dafür wir bauen das jetzt auf diesen komischen elektrokasten da drauf weil da stehen mich drei tesla schwulen ach da bist du ja hallo hi äh alarm irgendwas ist oder schwulen alarm ich will nichts hören von alarm da kam mir gerade der alarmsound so was trinken wäre cool warum ist denn nirgends vom wasser ey was mal auf du blöde Ameise hau ab wir werden keine freunde wir werden keine freunde ich glaube survival spiele sind irgendwie survivalig okay pass auf ich holz jetzt hier ein stengel nach dem anderen weg oder soll ich die oder was auch ich baue schon mal eine mauer aus und rum mit tür was hältst du davon das ist gut das klingt super kannst du schon mal abholzen wir können Dach bauen wir können Dach bauen wir können Dach bauen wir können Dach bauen ich brauche immer noch was zum saufen ich helfe dir gerne aber ich brauche irgendwas zum saufen grad ja weißt du weißt du wie so ein Hooligan kämpfen saufen kämpfen saufen wir können es nicht auf dem Ding bauen nein wir können hier nicht bauen wir können hier nicht bauen wir können hier nicht bauen das gibt es nicht das ist ja nirgendwo trink doch so laut Dreckwasser ja versuche ich ja aber das ist ja alles nur so reingedümpeltes Zeug was schon halb versickert ist da kann ich nicht trinken pass mal auf ich geh nochmal zum weg zu unserem alten Lager vielleicht ist die ja jetzt weg du bist sehr optimistisch ja bin ich hä du musst doch irgendwo mal hallo der ganze Boden glitzert doch mit Dreck da muss doch mal ein Schluck für mich abfallen oh oh was ist denn was zirpen ist oh gott 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 ich hab Angst ich geh mal grad aus oh nein da ist auch schon wieder eine Spinne ne dann drehe ich um lieber verdurschtig als dass ich hier